Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu den Spoilern von One Piece Kapitel 1112. Die dreiwöchige Pause ist endlich vorbei. Wir haben wieder ein neues One Piece Kapitel und diese Spoiler versprechen schon, dass es der Hammer wird. Wenn du allerdings nicht gespoilert werden möchtest, schalte nun dringend ab. Wenn du heiß bist auf One Piece Spoiler und in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für mehr One Piece Spoiler und natürlich viel mehr One Piece Content. Kommen wir nun zu den Spoilern von One Piece Kapitel 1112. Wir beginnen mit der Cover Story rund um Yamatos Reise in Wano Kuni, die jetzt natürlich weitergeht. Dieses Mal trifft Yamato auf Kinemon und Kinemon richtet direkt mal eine Bitte an Yamato. Um was es sich bei dieser Bitte handelt, steht in den Spoilern nicht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in der Cover Story keine großen Details genannt werden, aber ich denke, das Ganze hat Potenzial. Klar, es könnte etwas ganz Banales sein, aber es könnte auch etwas Essentielles sein, vielleicht in Bezug auf Onigashima, dem alten Wano Kuni, aber natürlich auch in Bezug auf Kaido. Die ganze Sache mit Kaido und wo er abgeblieben ist nach dem Kampf auf Onigashima, ist ja auch noch nicht so hundertprozentig geklärt. Dann gehen wir in das Kapitel und zu Beginn dieses Kapitels wird Ethan Barone Venus Yuru, also der Gandhi Gorosei, erst einmal in den Himmel gelobt. Er soll ein sehr kompetenter Gorosei sein und das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass er bisher noch keinen Bockmist gebaut hat, denn hier wird jetzt auch gesagt, dass er inzwischen alle Pazifister besiegt hat. Was? Das reicht euch noch nicht, um ihn in den Himmel zu loben. Keine Sorge, Ethan Barone Venus Yuru hat am Ende des Kapitels nochmal einen Auftritt, aber vorerst gehen wir in die Laborphase und zwar zu Markus, Maas und York. York scheint sich jetzt abreagiert zu haben und hat festgestellt, dieses Monster, was plötzlich vorher aufgetaucht ist, ist tatsächlich einer der Gorosei. Und natürlich verfolgt sie weiterhin ihren Plan, ein Tenryu V2 zu werden. Sie bleibt auf dem Verräterpfad, wie es hier genannt wird, und zeigt Markus Maas den Weg zu diesem Monitorraum, wo gerade die Übertragung von Vegapunk stattfindet. Und Markus Maas tut natürlich das, was wir alle von ihm erwarten, er zerstört alle Monitore. Aber ein Problem, die Übertragung stoppt nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo findet die wahre Übertragung statt, wo ist die wahre Quelle? Aber hier hat Markus Maas schon einen Verdacht, denn er hat in diesem Moment ein Geräusch gehört und diesem Geräusch geht er jetzt nach. Danach bekommen wir die Information, dass überall auf der Insel gerade Vorbereitungen laufen von den Strohhüten, damit die Flucht gelingen kann. Also das Ziel der Strohbande bleibt weiterhin die Flucht von Egghead Island und natürlich mit so vielen möglichen Verbündeten, wie es geht. Ich frage mich immer noch, was ist eigentlich mit Sentomaru? Ist er mittlerweile ein Gefangener der Marine? Er wird wieder mal nicht hier erwähnt. Und des Weiteren kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir in diesem Kapitel mal wieder nicht Nico Robin oder Stassi sehen, weshalb dann natürlich wieder einige Leute fragen, was es mit diesen Charakteren auf sich hat. Wo sind die abgeblieben? Aber macht euch mal keine Sorge, ich gehe stark davon aus, die werden natürlich ebenfalls evakuiert von dieser Insel. Sie sind halt beide einfach verletzt. Und dann geht es weiter mit dem Kampf zwischen Ruffy und Jupiter. Ja, Jupiter hat sich scheinbar von der Attacke der beiden Riesen erholt und kämpft jetzt gegen Ruffy. Ruffy kämpft aber auch weiterhin gegen Topman Vercury und er versucht hier einen Angriff gegen den Gorosei, verletzt sich dabei aber selbst. Wie ernst wir die Verletzung von Ruffy nehmen können, sei mal dahingestellt. Erinnert euch zurück, in der Vergangenheit hat Ruffy ja häufiger Gegner angegriffen und dabei in Stacheln geboxt oder gegen brennende Gegner sich die Hände verbrannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Angriff hier gegen Topman Vercury ebenfalls eher komödiantischen Effekt haben soll, als dass er jetzt hier eine ernsthafte Verletzung davon trägt. Jetzt gibt es einen Schnitt zu Jolie Bonny und ihr erinnert euch zurück. Im letzten Kapitel haben sich ja drei Vize-Admirele, also Red King, Pomsky und Guillotine, Bonny und ihrer Gruppe in den Weg gestellt, damit die nicht entkommen können. Und Bonny kämpft jetzt gegen diese drei Vize-Admirele. Ich weiß nicht, was mit den anderen Charaktern ist, also mit Frankie, den Riesen und wo Sanji überhaupt gerade sich rumtreibt. Aber Jolie Bonny scheint gegen diese drei Vize-Admirele gut zurecht zu kommen. Also sie kämpft gegen sie und hat da scheinbar auch die Oberhand. Es gab auch einen Hint mit einem GIF, wo einem Eichhörnchen Nüsse ins Maul gestopft wurden. Und ich habe da als erstes an Pomsky gedacht, der ja die Otterfrucht hat. Vielleicht ist es auch gar nicht die Otterfrucht, sondern eine Eichhörnchenfrucht oder etwas ähnliches. Und darauf könnte es vielleicht passieren, dass wir die Teufelsfrucht von Pomsky erfahren. Aber jedenfalls scheinen diese Vize-Admirele für die Gruppe von Bonny kein Problem darzustellen. Denn jetzt kommt wieder Ethan Barone Venus Juru, der so schnell unterwegs ist, dass er nicht nur die ganzen Pazifister jetzt besiegt hat auf der Insel, sondern er ist jetzt auf dem Riesenschiff. Das heißt, er stellt sich jetzt direkt den Leuten, die flüchten wollen, in den Weg. Und das bedeutet, die Flucht ist erst einmal gestoppt, verhindert, solange Ethan Barone Venus Juru, also der Gandhi Gorosei, nicht besiegt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jolie Bonny und ihre Gruppe, zumindest ohne Sanji aktuell, dort eine Chance gegen ihn hat. Na klar, wenn da 10, 20 Riesen noch dabei sind, sieht die Sache wieder anders aus. Aber auf jeden Fall, so wie er hier in den Himmel gelobt wird, dieser Gorosei, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so einfach wird. Vielleicht bekommen wir ja doch noch jetzt den Kampf von Ethan Barone Venus Juru gegen Zorro. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, Zorro ist auch nicht mehr bei 100%. Wird also ein harter Kampf für ihn werden, auch wenn ich nicht sagen möchte, dass er diesen Kampf verlieren würde. Aber vielleicht kann er ihn ja wegdrehen, so dass die anderen die Flucht weiter planen können. Weil wie wir ja aus dem Spoiler erfahren haben, sind die Strohhüte ja damit beschäftigt, diese Flucht anzutreten und dass sie ein voller Erfolg wird. Jetzt gehen wir an das Ende des Kapitels und dort kommen wir noch einmal zu Markus Maas, der dem Geräusch nachgegangen ist. Und dieses Geräusch führt ihn direkt in die Punk Records. Also scheint die Übertragung, die wir im Monitorraum gesehen haben, ursprünglich aus den Punk Records zu kommen. Das scheint aber auch eben York nicht gewusst zu haben an dem Punkt. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, dass sie sich in den letzten Wochen nicht so häufig synchronisiert hat mit den anderen Vegapunks oder dass man sie halt außen vor gelassen hat. Aber sie hat ja selber schon gesagt, dass sie nicht alles synchronisiert hat, sonst wäre ihr Verrat ja früh, früher ans Licht gekommen. Wenn wir den Spoilern folgen, dann können wir davon ausgehen, dass auch die Punk Records ein riesiger Raum sind. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dort mehrere Gefäße mit Wasser sind, wo dann eben die Gehirne von Vegapunk gelagert werden. Das ist ja quasi die Grundessenz dieser ganzen Punk Records. Und Markus Maas betritt eben diesen Raum und freut sich. Er ist richtig hämisch und meint, dass Vegapunks Glück so langsam am Ende ist. Aber dann hört er ein weiteres Geräusch, schaut nach oben und dann steht hier in den Spoilern, habe er einen bedrohlichen Gesichtsausdruck. Also das könnte man jetzt auf zwei Seiten verstehen. Entweder er ist verängstigt, was er dort oben sieht. Vielleicht eine Verteidigungsanlage seitens Vegapunk. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dort etwas eingebaut hat, damit Unbefugte nicht auf die Punk Records zugreifen können. Es kann aber auch sein, dass eben Markus Maas bedrohlich wirken will und dort vielleicht nochmal den wahren Vegapunk entdeckt beziehungsweise diese Übertragung und die dann dort noch einmal zerstören möchte. Also ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist dort in den Punk Records, was eventuell Markus Maas erschrecken lässt oder was er bedrohlich anschaut. Denn an der Weite kann man das leider aus dem Englischen nicht übersetzen. Dann bekommen wir noch eine weitere Information zum nächsten Kapitel, also Kapitel 1113. Aber freut euch nicht zu früh. Es ist eigentlich nur die Information, dass wir dort einen Color Spread bekommen. Und vielleicht bekommen wir ja diesmal einen zu Ehren von Akira Toriyama, der ja auch ein Grund war, warum Oda diese drei Wochen Pause angetreten ist. Alles in allem kann man sagen, das Warten hat sich gelohnt. Es ist vielleicht nicht der absolute Hype in diesem Kapitel zu finden, aber es ist auf jeden Fall ein Hammer Kapitel. Und es gab einen krassen Twist mit der Sache mit Ethan Barrow und Venus Juru, der jetzt plötzlich auf dem Schiff der Riesen steht. Damit ist die direkte Flucht verhindert worden und das bedeutet, der Eckert Island Dark wurde gerade wieder länger. Es werde ja oft gefragt, wie lange, glaube ich, dauert der Eckert Island Dark noch? Und ich sage immer wieder, das kann sich von Kapitel zu Kapitel ändern. Und Kapitel 1112 ist der beste Beweis dafür. Das Weiteren finde ich gut, dass Shepard Jupiter wieder in den Kampf eingestiegen ist. Der ist ja gerade so ein bisschen in die Kritik geraten, da er so einfach besiegt wurde von den Riesen. Deswegen kann er jetzt in dem Kapitel mal ein bisschen mehr zeigen. Er fällt ja sowieso ein bisschen aus dem Raster, dadurch, dass er kein wirklicher Yokai ist, sondern ein Sandwurm. Wobei, ich finde die Designs ja alle irgendwie richtig cool. Ich weiß, andere sehen das nicht so, aber ich finde, es passt einfach perfekt zu One Piece. Und klar sollte sein, dass die Silhouetten natürlich viel epischer waren, als das, was am Ende rauskam. Aber das ist ja häufig der Fall in One Piece. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung zu den aktuellen Spoilern und dem kommenden Kapitel. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Und vielleicht habt ihr ja in den letzten drei Wochen ebenfalls eine Pause von One Piece genommen, solange keine Kapitel erschienen sind. Dann werft auch gerne mal einen Blick auf meinem Kanal, denn die letzten drei Wochen gab es ebenfalls Videos. Und vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Video während dieser Zeit verpasst und wollt das jetzt nachholen. Wenn euch mein Spoiler-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Spoiler-Videos und natürlich noch mehr One Piece-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Macht euch noch eine angenehme und wunderbare Zeit. Ich sage Ade.